So Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hab nur was weiß, auch noch ein Ball mit. Wir sind auf dem Sportplatz Borsum, wo wir jetzt gleich schön eine Runde bolzen werden. Und ich hab übertrieben Bock. Letztes Mal Fußball lief er bei mir nicht so. Deswegen jetzt umso besser. Mal schauen zumindest, das war jetzt grad nicht so geil. Ich zeig euch zwischendurch ein bisschen was. Guck mal, wer da ist. Da ist er. Die Legende. Der Quitter. Der Rage-Quitter. Tobias. Er ist da. So, bis später. So, vor allem, das ist ein extrem krasses Special, also Extreme Latten schießen. Krass. Und es geht sogar um was. Es geht nämlich darum, wer beim Tippen ins Tor muss als erstes. Spannender Einsatz, oder? So, los geht's. Jawohl. Ach, der 18er liegt so neben mir. Jetzt die echte Challenge. Mensch, das schönste Tor von außerhalb der 16er. Das war grad nur Spaß, ist klar. Also, viel zu windig und talentlos. Da kannst du sogar diesen komischen Scratch reinsetzen, ne? los geht's. Wir machen das Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.